Lass uns ganz kurz noch auf die Situation in der Ukraine schauen. Die Front rund um Charkiv. Welche Informationen gibt es darüber? Also momentan sieht das nach extremen Druck der Russen aus, die von oben kommen, also vom Norden runterstoßen. Walchansk ist da eine kleinere Stadt, direkt in der Grenznähe, vielleicht so fünf Kilometer südlich der russisch-ukrainischen Grenze. Da sind die Russen wohl schon in der Stadt drin, haben zig Dörfer eingenommen im Bereich Charkiv. Die Rede ist da von sieben bis zwölf. Genau kann ich es jetzt nicht sagen. Ich habe da auch den Überblick verloren. Das Ganze geht doch für diesen Krieg, für diese Verhältnisse relativ schnell. Wenn wir uns anschauen, was da im Osten des Kriegsgebietes seit Monaten passiert. Positionskämpfe, alles Schritt für Schritt extrem langsam. Aber da oben ist den Russen jetzt wohl zumindest ein taktischer Durchbruch gelungen. Und sie sind schneller als sonst. Danke nach Moskau, Christoph Wanner. Wenn ihr mehr News aus unserem Team wollt, dann müsst ihr einmal hier klicken. Wenn ihr auf der Suche seid nach spannenden Dokus, starken Reportagen, dann geht's hier entlang. Und wenn ihr Welt abonnieren wollt, neu entdecken wollt, dann einmal hier klicken. Und wenn ihr da seid könnt,icie Vielen Dank.